hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part joshis crafted world im letzten part haben wir das märchenbuchland zu 100 prozent abgeschlossen und starten nun gleich ins nächste land ich bin so kaputt hätte ich doch nur zehn grenzeblumen na komm weil du's bist danke es geht mir schon viel besser ist das bunt spektakel mit markel herzlich willkommen das schaut schon sehr interessant aus spinnrad spinnerei und schön dass ihr da seid für neue mucke klaren welt die kenne ich doch von irgendwoher aus galaxy nur leider können wir nicht so drum herum laufen und nice können wir euch nicht kann ich nicht snacken aber das kann ich snacken naja geht es ja richtig rund perfekt mal gespannt können wir irgendwas was können wir denn hier machen ok aufpassen ok wir können zumindest und abgang ja da muss man schon bisschen aufpassen denn hier geht es rundher mal schauen ist hier irgendwie was mal schauen ist hier irgendwie was doch warum nur hat mich das nicht gewundert trotzdem brauchen wir dazu erst mal ein bisschen munition danke schön danke schön und dann machen wir doch gerne noch eine extra runde perfekt wir haben schon 8 von 20 9 von 20 irgendwie wusste ich doch dass da was im busch ist das ist das ist das ist das ist wow komm her blümchen sehr schön gut na dann haben wir doch schon mal gut was abgegriffen hätte sein können ach hey Perfekt. Perzelein. Ihr dürft nicht traurig sein. Ach, du große Güte. Perfekt. Haben wir es noch bekommen. Puh. Was zum snacken? Ich trau diesem Rad nicht. Krieg ich noch was zum snacken? Gut. Na komm, besser als gar nichts, oder? Das ist ja turbulent hier. Oha. Oha. Ich weiß, ein wenig. Wahnsinnig, aber gut. Und Abgang. Nicht schlimm, was wir haben, haben wir. Gut. Das war bloß die normale Münze. Alter. Voll die Batterie hier. Also wenn es hier eins gibt, dann ist es viel, viel Geld. Eier wären mir jetzt in diesem Punkt lieber gewesen. Oh, wir haben alle Münzen. Und alle Blümchen. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich würde sagen, die Leben machen wir, denn wenn wir die Nebenmission machen, das wird am einfachsten sein. Cool. Cool. Easy. Wow. Dann schauen wir mal, was hat denn dieser Automat für uns? Gleich volle Kanne. Zirkusrequisite. Popcornwagen. Beißbox. Zirkusmanege. Kugelwilli. Rosa Pfirsichdeckel. Rabe. Minzauto. Zirkuszelt. Und ein Sarg. Uh. Alles klar. Schön. Dann haben wir auch das vollständig. Na, gehen wir gleich ins nächste. Natürlich. In die Spukwarenweller. Da. Da brauchen wir acht Blümchen. Oh. 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 Pum. Aha, sowas. War da ein Blümchen versteckt? Ich hab's gesehen. Solche Ausnahmen haben wir jetzt alles, ne? Gut. Sieht das nice aus. Mhm. Oh, hab ich mich erschrocken. Aha. Okay. Oh. Oh, Alter? Oh. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh. Oh, ist das mega nice gemacht. Aha, Shake. Oh, warte mal, ich kann die doch snacken. Na, sag ich doch. Ist das creepy. Okay. Gut versteckt, Freunde, gut versteckt. Aber nicht gut genug. Okay. 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 Das war Bescheid. Aber so schwer war das nicht. Ich hab bloß ein bisschen blöd gezielt. Jetzt haben wir's. Wissen wir aber, dass auf jeden Fall... ... 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